Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei 28.900 US-Dollar. Nein, das ist keine Wiederholung von gestern. Das ist der aktuelle Kursverlauf. Es hat sich weiterhin wenig getan. Deswegen werden wir uns heute nochmal ein bisschen die Bitcoin-Dominance angucken. Was ist wichtig für ein Weekly Close? Und Terra Luna 2.0. Wieder Scam, was ist da passiert? Schauen wir uns alles jetzt im heutigen Video an. Ansonsten, bevor wir durchstarten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt. Ja, wie gesagt, momentan Bitcoin bei 28.900 US-Dollar. Wir sind weiterhin unter den 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Unsere grüne Zone hält einigermaßen noch. Trotzdem wichtig ist im Endeffekt der Weekly Close. Und den schauen wir uns jetzt ganz genau mal an. Und zwar seht ihr hier ganz gut. Wir hatten hier drüben immer diese Wicks, die jetzt da mittlerweile aufgefüllt wurden. Und wir hatten bisher noch kein Weekly Close darunter. Der Weekly Close müsste also über 28.748 US-Dollar schließen, damit wir kein signifikantes Low mehr reinkriegen. Das würde den Bären nur unnötig mehr Kraft geben. Ansonsten heißt es trotzdem nicht, dass wir nicht noch mal tiefer fallen können. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir hier einfach noch mal in diese Region hier unten vorstoßen. 24.000, 25.000 US-Dollar einfach um diesen Schatten zu füllen. Kurzfristig müsste erstmal noch der Schatten bei ungefähr 27.900 US-Dollar gefüllt werden, bevor wir hier wirklich mal ein schönes Reversal sehen könnten. Dafür gehen wir noch mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns das nochmal hier auf den kleineren Timeframes an. Und zwar gehe ich momentan noch davon aus, dass wir erstmal hier einen kleinen Boden finden könnten bei ungefähr 27.200 bis ungefähr 27.700 US-Dollar. Das heißt unter diesen Lows hier. Hier liegen die Stop Losses von diesen Long Orders, die hier getriggert wurden, mit ordentlich Kaufvolumen. Heißt für mich, zumindest eine kleine Möglichkeit, hier eine kleine Long Position zu eröffnen und zumindest hier kurzfristig Profite mitzunehmen. Stop Loss soll dann relativ flott wieder auf Einstieg sein. Müssen wir dann mal gucken, ob es sich das ausgibt. Wichtig ist auf jeden Fall, diesen kurzfristigen Downton, also diese gelbe Linie, auch irgendwann mal zu durchbrechen und die 4 Stunden hier mit Ribbons nachhaltig zu durchbrechen. Weil die sind momentan immer noch so ein bisschen der Grund, warum wir nicht höher steigen können. Ihr seht es hier ganz gut. Die ziehen sich zwar immer enger zusammen, trotzdem schaffen wir es hier einfach nicht drüber. immer wieder rejected. Wir kriegen kein Kaufvolumen rein. Der RSI gibt uns keine signifikanten Kaufzeichen. Weder auf den kleineren Timeframes noch auf den Daily sehen wir irgendwelche signifikanten Changes, wo wir sagen könnten, okay, wir gehen jetzt vom Bearischen ins Bullish. Das sehen wir einfach noch nicht. Dieser Wig hier ist einfach noch da, plus dieser ganz, ganz große Wig, der meines Erachtens immer noch gefüllt werden könnte. Deswegen hier unten dieser riesige Kaufbereich, den ich einfach übergeordnet immer noch sehe, wäre einfach bullischer, zumindest, dass wir diesen Wig oder diesen Schatten hier nochmal füllen und dann mit neuer Liquidität nach oben hin steigen können und wirklich hier mal einen Boden sehen. So, dann habe ich gestern noch auf Twitter was gefunden. Auch sehr interessant, eine ABC-Korrektur. Ich bin zwar jetzt kein Elliott-Wellen-Fan, trotzdem passt es hier eigentlich relativ gut. Also man sieht hier auch unser erstes High im Bullenmarkt, unser zweites High, was ein bisschen höher war, plus jetzt unser Low, also das C, was wir jetzt momentan bilden. Was aber noch nicht heißt, dass wir jetzt schon den Boden erreicht haben, sondern, dass es wirklich nochmal ein Stückchen tiefer gehen könnte. Das ist dann immer noch der Bereich, wo ich gesagt habe, okay, 24, 25k, das ist der Bereich, den ich auf jeden Fall im Auge behalte, würde dann dazu passen und dann wirklich mit diesem Low ein höheres High dann irgendwann mal wieder zu bilden und wieder in den Bullenmarkt zu kommen. Wird auf jeden Fall interessant, ob das wirklich so kommen könnte. Auszuschließen ist es nicht, deswegen fand ich es interessant, habe es gleich mal retweetet. Könnt mir auch gerne auf Twitter folgen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, Bitcoin, wie gesagt, gibt es wenig zu sagen. Kleiner Erinnerung noch, ihr könnt euch noch bis zu 4.500 Dollar Femex-Einzahlungsbonus holen. Einfach einen Link unten in der Videobeschreibung. So, das war genug Werbung. Ansonsten, was habe ich noch gesagt? Luna. Sehr, sehr interessant. Gab es ja auch wieder ein bisschen Hate, was sich so gestern mitbekommen hat, nachdem das Ding zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedlichen Börsen gelistet wurde. Wir hatten hier zum Beispiel bei Gate.io ein Hoch von 17 US-Dollar. Ich glaube, bei Bybit hatten wir zwischenzeitlich mal oder irgendwo auf einer Börse sogar 30 US-Dollar. Viele haben ihre Token gar nicht mehr bekommen. Also der Airdrop, der versprochen wurde, viele hocken immer noch auf ihren alten Coins oder haben gar nichts mehr bekommen. Also auch hier, ganz ehrlich, Leute, seid da einfach extrem vorsichtig. Wir gehen hier mal in den 1-Stunden-Shut, also Analyse mache ich hier sowieso keine. Trotzdem, viele haben halt hier oben jetzt einfach wieder verkauft. Ich bezweifle, dass wir wirklich diesen Shut noch mal füllen könnten. Momentan haben wir auch noch viele unterschiedliche Preise bei den ganzen Börsen. Man sieht es hier. Ich habe Gate.io, ist er bei 6,38. Ich glaube, KuCoin 5,70. Und Withdrawal oder Deposits sind anscheinend immer noch nicht möglich. Also ich verfolge das ganz, ganz wenig. Ich habe selber keine mehr. Ich habe immer noch ein paar, keine Ahnung, wo ich damals einen 10er reingeschmissen habe. Die habe ich noch. Aber trotzdem, solange das nicht möglich ist, wird der Kurs wahrscheinlich jetzt sich erst mal einpendeln. Und sobald es dann möglich ist, mal Withdrawal und so was, werden die Leute wahrscheinlich ihren ganzen Müll da draufhauen und irgendwann verkaufen. Also ganz ehrlich, Leute, seid da einfach vorsichtig. Nur weil es jetzt Terra 2.0 ist oder was weiß ich, wie das jetzt genannt wird. Luna Classic ist ja das alte, der alte Scam. Passt einfach auf. Tut euch da einen Gefallen. Investiert wirklich nur das, wo ihr bereit seid. Okay, das tut mir nicht weh. Ich bin bereit, das Geld zu verlieren, weil wir einfach nicht wissen, was das für Auswirkungen hat. Das ganze Vertrauen ist sowieso weg. Deswegen passt da wirklich auf, dass ihr da jetzt nicht wieder hunderttausende Euro oder sowas reinsteckt, euer ganzes Vermögen und sagt, ja, das Ding geht zum Mond, das geht wieder auf 100 Dollar und so. Passt einfach auf. Tut da Geld investieren, was euch nicht wehtut, wo ihr sagt, okay, stecke ich jetzt rein, tue es ein Jahr nicht anfassen und dann bin ich zufrieden und gucke, wie es sich entwickelt hat. Ansonsten einfach Finger weglassen. Würde ich einfach keinen empfehlen. Gut, kommen wir zu normalen Coins. Schauen wir uns die Fehlungen an. Auch hier wenig Neues, was wir hier zumindest momentan sehen. Wir gehen mal hier auf den 4-Stunden-Chart. Wichtig, beziehungsweise einigermaßen wichtig, wir haben den Schatten hier fast gefüllt. Habe ich ja schon mal in den letzten Videos gesagt. Trotzdem sehe ich auch hier noch keinen richtigen Trendwendel. Also klar, wir haben jetzt den Schatten hier einigermaßen gefüllt. Trotzdem besteht immer noch das Risiko, sobald Bitcoin seinen Schatten füllen würde, dass Ethereum hier auf jeden Fall nochmal in den Bereich von 1.500 US-Dollar geht. Ich werde jetzt Ethereum, werde ich jetzt mit Bedacht nachkaufen. Also ich habe mir ein paar Orders gesetzt unter dieses Low. Dann nochmal genau in die Mitte, so bei 1.620. Plus dann nochmal vor diesem Monats-S3, obwohl sich der jetzt auch wahrscheinlich dann gegen Ende des Monats wahrscheinlich wieder ändert. Ist ja normal so. Trotz riesiger Seitwärtsphase. Aber dann nochmal knapp über 1.580 US-Dollar. Das sind so momentan die Orders, die ich drin habe. Und dann schauen wir uns noch gleich noch Solana an, weil Solana eigentlich auch schon des Öfteren gefragt wurde. Wo haben wir es denn? Wo haben wir Solana? Wo haben wir Solana? Ja, Solana. Keine Ahnung, wo ich das jetzt drin habe. Irgendwie finde ich es jetzt gerade nicht auf. Ah doch, da. Ist ja momentan bei 42 US-Dollar. Auch hier warte ich noch ein bisschen mit Nachkäufen. Ziel ist ungefähr die 30, 31 US-Dollar, wo ich die ersten größeren Kauf-Orders reinsetze. Was ich aber jetzt auch schon überlegen bin, hier kurz vor dem Schatten, 36 US-Dollar ungefähr, die ersten Orders reinzusetzen für die Altcoins. Da werde ich jetzt nach und nach einkaufen. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video dazu machen, wo ich separat nochmal sage, okay, da und da werde ich Orders reinsetzen. Sollten wir da nicht hinkommen. Ganz ehrlich ist es mir auch wurscht. Dann werde ich nach Situation abchecken. Aber die ersten Orders sind meistens jetzt überall hier, wo die großen Schatten sind. Einfach weil ich der Überzeugung bin, dass diese noch früher oder später gefüllt werden. Deswegen schauen wir uns das alles dann nochmal in Ruhe an. Nächste Woche in dem Video. Und XRP gilt natürlich das Gleiche auch hier. Weiter in unserer grünen Kaufzone, beziehungsweise 4 Stunden Demandzone. Downtrend ist intakt. Lower lows, lower highs. Hat sich nichts geändert. Dieser Wig sollte meines Erachtens noch gefüllt werden. Auch hier habe ich meine Kauf-Orders, die ersten in diesem Bereich. Und die gehen dann bis 0,28 Dollar. Immer mal wieder zu den gleichen Beträgen, einfach um gut DCA zu betreiben. Langfristig wird sich zeigen, im Bärenmärkten macht man das Geld nicht in Bullenmärkten, beziehungsweise in Bärenmärkten legt man den Grundstein für die Gains im Bullenmarkt. Merkt euch das, wenn ihr jetzt durchhaltet und wir dann wieder in den Bullenmarkt kommen, könnt ihr euch darüber freuen und nicht dann irgendwie FOMO hinterher rennen. Gut, soviel dazu. News gibt es momentan keine. Gestern noch eine V-Chain XLM-Chartanalyse gepostet. Könnt ihr euch gerne eingucken. Und dann noch, oh doch eine News, der Einfluss von Bitcoin auf die Weltwirtschaft. Sehr, sehr interessanter Artikel. Schaut euch den gerne an. Ansonsten schicke ich euch noch später noch in die Telegram-Gruppe. Wer noch nicht drin ist, Link unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Sonntag. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen Nachmittag wieder. Freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Einen guten Start schon mal in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Und wie immer, Stay Crypto. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.